Hoi, ich bin Ari, ich bin 19. Ich mache die Lehre als Holzindustrie-Fachmann EFZ beim Schilliger Holz AG in Haltiken. Kommt doch mit und ich zeige dir meinen Berufsalltag. Am Morgen mache ich mit meinem Berufsbildner Kevin in unserer IT-Station Tagesbesprechung. Unsere Aufgabe ist, Langholzstämme auf die richtige Länge zuzuschneiden. Maschinell oder von Hand. Ich schätze die Vielfalt an Tätigkeiten. Viele haben wir auch Wartungen, die wir selbst an unseren Maschinen machen. Im Kreisagicenter wird vieles per Computer gespürt. Das macht die Arbeit anspruchsvoll. Ich übernehme hier viel Verantwortung und bin mit diesem Wissen gutgerüstet für eine Weiterbildung nach meiner Lehre. Mega cool ist, dass wir unsere Stabendbüffung auch gleich in der Lehrzeit machen dürfen. Möchtest du auch mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz arbeiten und Teil unserer dynamischen Firma werden, dann bewirb dich doch beim Schilliger Holz AG. because of the week-end bis zum Vorstellagen. Dann geht's dry, das mal keinres fürbaren Tab 격iido. Ich ziti mich initiatives auf dem heels Mal mit darüber, Wir sehen uns jetzt in der doubitte. Bis zum ersten Mal mit dem sprühen Ant